Wir alle wissen es. Das Thema Erben und Vererben wird uns früher oder später betreffen. Trotzdem schieben wir es gern vor uns her. Die Erfahrung zeigt deutlich, dass die Neuverteilung und Übertragung von Geld und Vermögen viel zu oft durch Missverständnisse und Unkenntnis zu Ärger und Streit führen. Meist in der Familie. Unser Team Generationenberatung der Volksbank Vordsheim hilft eine ganze Reihe wichtiger Fragen zu klären. Damit Sie bei Ihrer Vorsorge und Vermögensnachfolge an alles gedacht haben. Zum Beispiel, wer erbt mein Vermögen, wenn ich gestern gestorben wäre? Wie sichere ich mein Vermögen für die nächste Generation? Wie kann ich den Frieden in meiner Familie erhalten und Erbstreit vermeiden? Gibt es Möglichkeiten, Vermögen steueroptimiert an die nächste Generation zu übertragen? Diese und viele weitere Fragen klären unsere zertifizierten Spezialisten in einem persönlichen Beratungsgespräch ausführlich mit Ihnen. Wir beraten Sie umfassend und suchen gemeinsame Gestaltungsmöglichkeiten zusammen mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zu folgenden Themenfeldern Unternehmensnachfolge, Nachfolgeplanung, rechtliche Handlungsfähigkeiten wie zum Beispiel Vollmachten und Verfügungsberechtigungen, Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung. Unser Notfallordner hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Unterlagen, Informationen und den digitalen Nachlass übersichtlich abzulegen. Wir, die Volksbank Pforzheim, helfen Ihnen individuell, Ihr erarbeitetes und wertvolles Vermögen zu sichern, zu erhalten und zu übertragen. Untertitelung des ZDF, 2020